Was machst du, eine elektrische Tüte? Dinger. So, so, ja. Deine Wischchen, wenn du sie anfährst. So, ich weiß nicht, dass du sie anfährst. Ich weiß nicht, dass du sie anfährst. da ich hatte ja so simon Das ist doch ein höheres Level. Ich weiß. Fuck, ein Schütz. Ja, sieht nicht gut aus. Jetzt dürfen die Nummer angreifen, na toll. Ich weiß nicht, was ich jetzt gut auswählen. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt? Das ist doch ein Schütz. Das ist doch ein Schütz. Das ist doch ein Schütz. Das war's für heute. Okay. Say that! Okay. You're done. Go ahead. Das war's für mich. Das war's für heute. ich hätte nicht gedacht dass man krieg die suche man uns rettet hätte ich nicht gedacht ja gut gab ordentlich level 2020 sehr gut erstmal alles schön gelevelt wer ruft mich jetzt hier an du hast jack geschlagen und rang 20 erreicht du kannst jetzt queen von den fiesen vier herausfordern queen wundt auf der westseite das aloha beach aber achtung du musst schwimmen um jetzt zu ihr zu gelangen okay ja ja euer noicht im Ich hatte die Queen von Buono Kuni im Kopf, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh wow, jetzt muss ich wirklich in den Laden reingehen. Da wollte ich niemals reingehen. Wegen der letzten Sache, die hier passiert ist. Was ist denn da passiert? Das war gestern. Das war gestern. Die距離 hat wiederum. Es ist ein Drei-Water-Ein-Water-Ein-Water-Ein-Water-Ein-Water. Das ist ein Drei-Water-Ein-Water-Ein-Water. Ich habe schon den Hüter-Ein-Water-Ein-Water. Oh, ich verstehe. Wow, Adachi, Alter. Immer keine heißen Speisen oder Getränke. Toll. Du willst ein Hongkong von mir? Da bin ich aber nicht abgeneigt, weil die hören sich tausend Mäuse an. Bitte, was? Nein! Alter, was? Hongkong zieht selber ein. So, wir müssen wieder komplett hier rüber. Zum Waisenhaus. Oh, oh. Ah, in die Höhle des Löwen, oder was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich lese den Chat, aber ich denke mir auch noch, okay. Kannst du mal aufhören, mir ist so dicht aufzufahren? Kannst du mal aufhören? 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 Das ist ein großes Hotel, oder? Wenn man eine große Führung ist, dann kann man sich nicht mehr aufhören. Was ist das? Was ist das für Trump? Das ist egal, dass der石油王 da ist! Wenn man immer mehr Geld macht, dann kann man sich nicht mehr aufhören. Das stimmt, dann muss man sich nicht mehr aufhören. Was ist der石油王? Ich fahre anfangs zu graben. Oh Gott, Adachi, ey. Warum ist er nochmal hier? Oh boy. Ach du Scheiße. Also der Mann ist 50 oder so. Man dauert sowas raus. Eieieiei. Ich mag ihn. Wollen wir schon über Hühner reden, ne? Ach, guck mal wer hier ist. Also Akure, wie läuft's? Ichiwankasuga, du bist tatsächlich gekommen. Jep, irgendwas an dir wirkt anders. Schön, dass es dir auffällt. Nach unserem letzten Kampf habe ich eine 180-Grad-Wende hingelegt. Mir wurde klar, dass ich ein vollständiger Kämpfer werden muss. Ich habe verstanden, dass ich zwar Talent hatte, aber nichts daraus gemacht habe. Ich habe nur angegeben, aber damit ist jetzt Schluss. Nee, Klaus, nee, 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 nee. Und wie viel stärker ich geworden bin. Davon wirst du dich selbst überzeugen müssen. Okay. Und wir ziehen das durch. Dann zeigen wir uns. Hallo, Itaki. Vielleicht verdientes Geld. Ich würde sagen, du hast dich gewaltig verbessert. Du bist richtig stark geworden. Aber immer noch nicht so stark wie du. Wie schaffst du das, jedes Mal noch stärker zu sein? Man merkt aber, dass du bis zum Unfall trainiert hast. Ja, das wurde mir erst nach unserem letzten Kampf klar. Ich war zu sehr auf meinen Ruf konzentriert und nicht auf mein Talent. Das muss sich ändern. Vorher habe ich immer nur Schwächlinge vermöbelt. Das wird schnell langweilig. Ein leichter Sieg nach dem anderen. Aber so ein Gefühl wie in unserem Kampf hatte ich lange nicht mehr. Ich war voller Energie. Deswegen habe ich mit dem Kämpfen angefangen und mich lebendig zu fühlen. Du hast dich wirklich verändert. Freut mich für dich, Mann. Meinst du, meine Zuschauer, fällt die Veränderung auch auf? Was? Du drehst immer noch Videos? Na, Logo, unser letztes Match zum Beispiel. Das ist mein bisher beliebtestes Video. Das hast du gefilmt? Ja. Habe ich das selber nicht erwähnt? Sorry, aber keine Sorge, ich habe dein Gesicht verpixelt. Datenschutz und Anonymität und so. Das ist ja nett. Als hätte ich noch eine existierende Privatsphäre im Internet. Naja, egal. Was sagen die Leute über unseren Kampf? Ich glaube, meine Fans gefällt dir. Ich habe alles gegeben, nur um zu verlieren. Aber genau deshalb war er wohl so aufregend. Und wie sich herausstellt, mögen die Leute ernstzunehmende Gegner viel besser. Das war mit mehr Gefühl. So ist das bei mir auch. Also glaub bloß nicht, dass du vom Haken bist. Ich kann noch mehr trainieren, mehr Techniken meistern und dann sehen wir uns zum großen Finale. Wenn ich dich erst zu Millionen von Zuschauern schlage, wird das ein perfektes Comeback. Ein perfektes Ende für eine epische Saga, meinst du nicht? Du hast ja schon ganz schön geplant, was? Hoffentlich macht es dir nichts aus, wenn ich dein Wörtchen mitrede. Du darfst es gern versuchen. Wer stalkt denn jetzt schon wieder? Alles klar. Hab ich dich endlich gefunden, Asakura. Okay. Warum sind denn hier immer so viele Stalker? The fuck? Der ist nicht so viele Stalker, Das war's für heute. entschärfung einer weltkriegsbombe am 21 2 um 9 uhr ok ist aber nicht in mein gebiet na dann alles klar ja 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 Das war's für heute. wir sind noch umbrechen und Das war's für mich. Ich schlafe ein, Schlauchenbrecher allein. Ich bin der Fall. Ich schlafe dich an. Du bist so. Ach, schlafen. Du hast dich gewonnen. Ich bin der Fall. Soll ich die, Schlauch. Ich bin der Fall. Das war's für mich. ach ja klaus er will jetzt schon mal gute chancen ging nicht aus 8 der hat schon der ist schon fertig trainiert das ging fix alles 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 ja 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 geht ja 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 Oh, der Musik gefunden. Oha. Eeeh. Eeeh. Okay. Eeeh. Oh, wow, okay, das ist ja richtig. Uff. Das ist wirklich unfähig einfach. So unnötige Scheißarbeiter. Hm. Oh, das ist wirklich ein Freund. Oh, das ist wiederkommen. Oh, das ist gut. 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 So ein Freund sehen. Oh, das ist gut. Ja, einfach weitermachen, Chloe, kack drauf, das bringt ja nichts. Das bringt ja leider nichts, nur nötig weiter Stress für einen selbst. Aber ich kann verstehen, dass man denn da angefisst ist. Oh? Ja, ich hab noch einen Bruder. Hübsche Töhle. Ich bin sehr nett, aber ich kann das nicht so viele Dinge machen. Ich bin sehr nett. Ich bin sehr nett. Ich bin sehr nett. Ich bin sehr nett und nie so ein bisschen. hübsche töle ja das aussieht ist auch auch nicht das ist ein pc luft gewesen aha aha chloe alles klar ja 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 Ja, wir sind jetzt die Bösen. Die Sau. Ja, es wird ihm ja alles... Die Kinder werden dort auf jeden Fall manipuliert. Gegen die kann man jetzt nichts sagen. Mhm. Mhm. Ja, das war's. Mhm. Einfach der Hauptbösewicht hier, what the fuck. Mhm. Mhm. Mhm, ihm schaden will. Er erinnert mich an Bill aus Kill. Ja, der nutzt auch seine Macht ganz schön aus. Mhm. Mhm. Auf Kill Bill hätte ich mal wieder Lust zu schauen. Oh mein Gott, allah. Guck mal, wie er diese Kinder schon manipuliert. Er hat die schon völlig unter Kontrolle. Ja. Ne, das wusste ich nicht, Hulu. Ja. 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 Du bist ja, also. Ja. Und ich hab's hier. ghost, ich hab's hier. Wer ist das für alle, was er sein wovon? Wie oh wow. Es ist nicht gut. Oh, wie arrogant er auch ist, ne? Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und dann? Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Tanz des Todes, der ist wirklich schon kritisch, der Schaden. Herr Kollege, dann hat er auch schon die Geoh-Gerruss nochmal so gemacht. Ja, ja. Deine Geiger! Ja, das war doch so cool! Es war wirklich super cool! Das war doch so, endlich mal wieder. Bis zum nächsten Mal! Es geht weiter. Es geht weiter. Ich bin jetzt die Kисьmacher. Ich bin jetzt ein, die ich weiß. Natürlich sind wir jetzt die Bösen. Ich habe das hier ja mal in den Discord gepackt. Oh Gott. Okay. Okay. Ja, das stimmt. Ich bin sicher, dass ich so etwas bin. Ich bin nur für mich, dass ich die Kinder hier verletzen kann. Ich bin ja. Ich bin auch noch ein paar Sachen. Ich bin auch schon ein paar Sachen gehalten. Ich bin auch schon ein paar Sachen gehalten. Ich bin auch schon ein paar Sachen gehalten. Karol, Dana. Ich bin hier. Ich bin nur noch ein paar Mal in Hawaii gekommen. Ja, okay. Dann noch weiter zu spielen, ist schon, na gut, wirklich eine krasse Leise. Guck mal, sie stößt jetzt wieder dazu? Wo war sie jetzt? Ja, okay. Ich habe das Gefühl, dass wir uns in der Nähe des Wälder, die wir hier sind. Ich habe auch viele Leute in der Nähe des Wälder. Ich habe gesagt, dass wir das Wälder und die Kinder haben, die wir hier leben. Das ist mein Kernbaum. Habe ich gar nicht gesehen. Weil sie leider auch ein bisschen Dreck am Stücken hat. Ich habe das Geiste gesehen. Doch ich hatte die Ereinigung gegen die Ereinigung. Ich habe da noch eine Ereinigung in ihrem Leben. Ich hatte leider nicht den Freund. Ich hatte also ein Freund. Aber sie hat auch nicht gesehen. Aber ich habe es nicht gesehen. Ja, wenn ich mich über die Ereinigung verstehe. was Was ist das? 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 Oh. Was ist das? Was ist das? Hm. Oh, schwierig gerade. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Kommt die auch mal wieder auf die Bildfläche? Ja. Oh, okay. 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 das ist um es ist ich so ich ich ja ich ja ich Das war's für mich. Ich bin auch von Sönchi. Wir gehen in die Stadt, Kiryu. Ich habe keine Zeit, oder? Ach so. Ich habe noch nicht geholfen. Ich habe noch nicht geholfen, oder? Ich habe noch nicht geholfen. Ich habe noch nicht geholfen. Sie weiß aber wirklich mit Wort umzugehen, ne? Okay, danke Sorax, habe mich aber nicht erschreckt, ich bin gerade beschäftigt hierzu. Danke Sorax für die 350 Bits, vielen Dank, Arigato. Hä, jetzt spiele ich... Hä? Jetzt spiele ich ein ganz anderes Spiel. What? Was ist denn jetzt los? Kann ich mit denen kämpfen? Ich kann mit dir kämpfen. Hm. Auftragskiller. Ja, die ist halt gemeingefährlich, wir müssen aufpassen. Die ist halt echt nicht ohne. Jetzt habe ich einfach ein anderes Team. Oh, das ist ein ganz dummer Fehler gerade. Ganz, ganz dummer Fehler. Ich war's close. Ich bin ganz nah. Ich war's close. Ich war's close. Das ist das. Huh. Kiryu, bitte runter. Was? Ich weiß, was ich will. Aber du kannst du nicht mit dem Körper nutzen. Du kannst du nicht mit dem Energie nutzen. Die guten, ja. Vermöbeln die die mal alleine, ne? Ich glaube, ich habe die aber noch nie gespielt. Ich bin gerade... Was sind das für Typen? Was? Moment, davon hat K sogar geredet. Er meinte, dass seine Gegner sich im Monster verwandeln. Ach, jetzt sieht er es auch, hä? Zack, die sind beide auf einen Schlag. Ach, jetzt weiß ich, warum ich die Peitsche kaufen kann. Das ist für sie! Okay! Hehehehe! Hehehehe! oder ich bin verwirrt. Das ist ja cool. Zeig mal die Volt-Peitsche. Das ist schon attraktiv, ne? Das ist schon attraktiv, ne? Das ist schon attraktiv. Das ist schon attraktiv. Ich muss das jetzt schon attraktiv machen. Okay. Du kannst das nicht spielen. Du kannst das nicht spielen. Alter! Die ist ja voll brutal. Oh fuck. Vor allem mit diesem kurzen Rock, ey. Oh, das ist ja nicht so. Oh, danke. Ich habe das Geld gemacht. Ich habe mich mit dem Motto gemacht. Ich habe das Geld gemacht. Ich habe das Geld gemacht. Ich habe das Geld gemacht. Ich habe die Einfluss von Kasuga gesehen. Ich habe auch die Frage gesucht. Ich wusste nicht, aber ich wusste nicht, aber ich weiß, dass es ein Wunderschön ist. Das ist ein Wunderschön, nur ein Wunderschön. Kierigus, was ist das? Das ist ein Wunderschön und Du. Das ist toll, oder? Das ist ein Wunderschön, oder? Das ist ein Wunderschön, oder? Das ist ein Wunderschön, oder? Ja, das ist auch so. Ja, was ist das? Wir müssen uns wiederholen. Ja. Ja, Kierigus, hier in der Nähe liegt die sogenannte Romantikwerkstatt. Da können wir so Waffen aufpeppen lassen. Willst du das mal dir ansehen? Nein, ich spiele jetzt einfach gerade ein ganz anderes Spiel schon wieder. Jetzt habe ich ein ganz anderes Team und bin wieder zurück in Japan und kann jetzt hier meine Waffen verbessern. Und... What the fuck? Soll das Kritik an mir sein? Ich bin für jede Straße in Ijinshu verantwortlich. Und diese Werkstatt... Ach, vergiss das. Du wirst das schon sagen. Was? Klingt gut. Solche Läden sind oft Gold wert. Ich weiß es nicht, Chloe. Ich werde dieses Spiel niemals... Fertig kriegen. Tja. Das ist halt... Aber wir sind jetzt auch nur zu dritt, ne? Palsche der Enttäuschung. Die muss ich mal kaufen. Irgendwann. Und ich kann auch die Bindungen aufbauen. Ach du Scheiße. What the fuck? Aber bitte keine Nebenaufgaben noch. Okay. Okay. Ich muss halt hier auch noch Bingo machen, ey. Bingo Bongo. Das Spiel macht mich einfach nur noch fertig. Heilige Scheiße. Geht's! Du hast doch noch den Abwärm. Wir haben sich auch angepasst. Wir haben sich auch angepasst. Ich bin. Ja. Ja. Ich bin. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Okay, ich habe halt das gleiche Inventar noch, Gott sei Dank. Wir sind ganz schön stark. Ich finde gut abzuhauen, das wäre echt nett von euch. Ja, wow, ihr kleinen Ficker. Ciao. Echt nicht ohne hier gerade. So, warte mal. Das heißt, ich kann meinen Job hier ändern? Heißt das, es gibt dann auch neue? Okay. 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 Oh, was? Pink? und gekoppt was ist denn mit euch falsch samurai steht immer richtig es ist Das war's für heute. Ich muss mal gucken, Skills erben. Ich brauche erst die Bindung, ne? Scheiße. Dann lasse ich sie mal noch als Auftragskillerin. Ähm, nehmen wir das, Senz, ähm, der Kali-Stöcke. Okay. Ausrüstung habe ich für ihn. Jetzt muss ich für die auch noch extra Waffen und Ausrüstung herstellen. Ich kann nicht mehr. RIP MY LIFE. RIP MY LIFE. Eieieieieiei. Okay, die ist schon ziemlich gut ausgerüstet. Sehr gut, Madame. Dann würde ich sagen, machen wir einmal das und einmal wechseln wir mal kurz. Ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt hier auf der Seite sind. Ach ja. Also, wir haben noch einen vierten Slot frei. Hm, hm. Wer könnte noch dazu stoßen? Ein Monatsspielzeit. Ja, alles hat die Hälfte geschafft. Die Hälfte? Das ist ja aber... Wir wären noch gut dabei. Sehr optimistisch, ja. Sajan. Ich weiß nicht. Oh, scheiße. Das ist nicht geil. Das ist, wenn wir noch was sind. Ich glaube, ich habe einen Mann gebrochen. sadistischer absatz bin ich aber gleich gespannt der absatz ein bisschen angst gegner gegner seid ihr was soll ich heute hier lang ich möchte auspeichen wo seid ihr meine opfer gefunden man kann ich sie buchen was das war sehr schmerzhaft aus komischer king ja hier sind das eine gettling bogen kann ich auch noch nicht attacke die ist einfach ein waffenarsenal einfach so ein waffenarsenal was ist mit der warum habe ich sie nicht in hawaii ich brauche sie 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 würde dem team gute gut ergänzen heiße wer bist du denn ritter vom fassen geil klaue der kaiserinnen genick hoch das hatten wir schon blendgranate hat mir auch schon gut also die 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 sie die du Oh Stimmt, der könnte auch noch in unser Team kommen Den gibt es ja auch noch Den sie gerade erwähnt hat Gute Nacht, okay Das ist eigentlich auch gleich ins Bett Ja, doch, ich muss mal früher aufstehen Ich schreibe Ja, du hast das Ja, du hast das Das ist eine große gekämpft. So kann man sich auch kennenlernen als Truppe. Das sollte es eigentlich sein. Wer war noch mal Julie? Die Romantik-Werkstatt hat zugemacht. Wusstest du das wirklich nicht? Was? Natürlich wusste ich das nicht. Ist sie ohne uns etwa pleite gegangen oder wie? Nein, nein. Anscheinend hat sie sich ihren Ruf so verbreitet, dass sie einen Headhunter aus Amerika in ihren komfortablen Job in Silicon Valley besorgt hat. Ach, das war die Julie, die in Hawaii ist. Ah, ich mag meinen Namen mal nicht so gut. Freut mich für sie. Sie konnte natürlich ihre ganze Ausrüstung nicht unbewacht in der Bergstadt lassen. Darum ist sie vermietet. Die jetzigen Betreiber können was. Ich komme eigentlich gelegentlich her, aber das Löwenanteil ist an irgendeinem Laden auf Hawaii gegangen. Wenn wir unsere Ausrüstung überholen lassen wollen, sind wir also immer noch richtig. Hawaii, sagst du? Ist da etwa, hm, die Welt ist klein. Naja, sehen wir mal, was sie zu bieten haben. Ja, gut. Ich habe jetzt aber auch nicht mehr so viel Kohle, ne? Ach, scheiße. Phantasy Star Online 2. Man hört sich mal, komm, im Hinblick über Han Austen helfen für den J ε колen Gang. Ok, aber das ist ein Bisherワke Odwass末, das ist ein Bauer, wir setzen uns mit ihnenریzude immer hier. So, ich mach mich bei. Vielleicht, ich mach mich bei! Wenn du этот Bauer durchsch Innovation Dipper Wah Hefe an, ichOME에, es officials Sleep Gegeben сы哈哈哈, für jeden Ach conceptive Bei auch hier ist sie da ganz toll, ich bin. Da ist das mit der Auftragskillerin. Alter, 250.000 Yen. Okay. Aber mir fehlen diese Lava-Dinger da. Scheiße. No! Ach, scheiße. Ich verbessere die Waffe halt. Samurai. Um, 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 um. Ja, gut. Ja, die kann ich auch investieren, natürlich. Räppchen. Oh, Mann, ey. Mal. Äh. Einrichtung. Hier gibt's die Dosen-Quests. Hier gibt's die Dosen-Quests. Oh, schade. Hier kann man nicht Karaoke machen. Aloha Happy Tours. Oh nein, die sind jetzt auch hier. Alle Informationen zu unseren gerade laufenden Fotorally. Ah, jetzt verstehe ich, warum, warum ich von, von Japan die ganzen Sachen auch hatte. Okay. Ich speichere erst mal. Ich bin bei Karrieren suche das neue Beruf. Ich bin bei Karrieren suche ich bin. Ich bin bei Karrieren. Ich bin bei Karrieren. Also, da kann ich den noch nicht machen. Nee, ich bin bei Karrieren. acht glaubt du bist ein stück weiter als ich ich glaube du bist schon ein stück weiter also ich bin erst hier mit mit der truppe angekommen also von hier wurde nach japan geschickt wegen seiner krankheit und so und jetzt sind wie hier um spaß zu haben und weiter bin ich noch nicht kannst du vielleicht ein spielstand den vorher hattest laden und das noch mal probieren das wäre halt echt doof wenn es wirklich verbuggt wäre ich kann ich jetzt leider nicht sagen ob das jetzt irgendwie ein bug ist oder aber es kann auch sein dass man was übersieht bei dem spiel wäre das nicht verwunderlich ich habe auch schon manchmal gefällt so so was so 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 Wow, der angelt also gern. Goldfische fangen, okay. Jetzt wolltest du aber nicht das Spiel diese Woche fertig haben, oder? Nee, das würde ich zum einen gar nicht schaffen und zum anderen, nee. Nee, das würden wir gar nicht hinkriegen. Ich meine, wir spielen jetzt, wir sind jetzt wieder in Japan mit einer anderen Truppe. Müssen für die Waffen sammeln und leveln und Dinge machen. Hm, ich bin grad voll verwirrt. Wie komplex das Spiel einfach schon wieder ist. Ich hab das Gefühl von Teil zu Teil wird das immer heftiger. Das ist echt krass. Ich will das nicht wissen, Stefan. Ja, es wäre eigentlich schon Spoiler, Stefan, deswegen. Wenn ich wissen, wie lang das Spiel geht. Aufdringliche Menschen. Schwäche. Die Schwäche habe ich auch. Leider habe ich nur ganz alte Spielstände von heute Morgen und das wäre ein Desaster. Ah, das ist blöd. Gibt es nicht noch automatische Speicherdinger von vorher? Hier. Das speichert ja auch immer automatisch. Warte mal, ich guck mal. Ja, gut. Weiß ich nicht. Das ist echt blöd. Aber das ist eine Hauptaufgabe, ne? Bei der du grad bist. Da müsste es ja eigentlich angezeigt werden, dass du zu den Taxis musst. Denn... Ich hatte, glaub ich, auch schon mal in irgendeinem Teil Probleme mit diesem Taxi-Scheiß. Ja, aber ich möchte dich nicht spoilern. Ah, das ist grad doof. Ich hoffe, es klappt noch. Ich würde jetzt eher vermuten, dass man irgendwas übersieht, als dass es ein Bug ist. Manchmal ist das Spiel nicht sehr selbsterklärend. Nur wo Kapitel 8 entfällt, aber da wären die letzten fünf Stunden weg. Oh, das ist bitter. Okay. Ja. Aber ich nehm mal an, das Spiel und so hast du schon mal neu gestartet. Ja, aber ich... Ich... Ich glaube, ich hatte auch schon mal was mit diesen Taxis. Dass ich irgendwo hin sollte und es einfach nicht gerafft habe. Alles schon versucht. Oh Mann, das ist scheiße. Ah, blöd, dass ich noch nicht da bin. Dann hätte ich dir das vielleicht sagen können. Ja, nee. was genau hast du denn auf youtube angeschaut wie das jetzt eine andere person nach also auch an der stelle ist und dann nur um das verständnis das verständnis das war weil ich sowas kenne dass ich bei anderen mal geguckt habe bei einem let's play oder gameplay video wo man eigentlich hin muss das habe ich auch schon gemacht weil manchmal übersieht man einfach irgendwelche blöden kleinen dinge 100 jahre alter stock warum ist das so teuer was soll das genau jemand hat das ganze kapitel gemacht ich habe exakt alles gleich gemacht und nochmals alles abgelaufen aber bei mir bleibt der punkt beim taxi obwohl es weitergehen müsste das klingt richtig scheiße muss man denn explizit so genau zu dem taxi oder kann man einfach irgendein taxi nutzen weiß ja nicht ob irgendeine bestimmte stelle angepinkt wird vom spiel game hard softlocks ich weiß es nicht das klingt auf jeden fall echt nicht gut ich hoffe dass es nicht so ist ja wir müssen die bindung aufbauen die bindung dass man diese ganzen herzen abarbeiten ich habe es immer ein drück aufzübten Ist mal Rücken gebrochen. Nee, genau das Taxi scheinbar. Also mein Punkt ist bei einem Taxi. Okay. Das klingt echt nicht gut. Ja, blöd, dass ich an der Stelle gar nicht bin. Hm, sie mag Lachs, ist klar. Tschö, ist wieder mein dummes Hörn. Hm. 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 Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so gut fühle. Aber ich bin so schwer, dass ich mich nicht so schwer bin. Was? Ich bin so schwer, dass ich mich nicht so schwer bin. Ich habe mich nicht so schwer, dass ich mich nicht so schwer bin. Das ist wieder eine große Entscheidung. Das ist gut. Nöte. Schon so viel Herzen jetzt hier abgearbeitet. Oje, ich habe den Fehler gefunden, ich kann weiterspielen. Ja! Gott sei Dank! Oh Mann. Sehr schön. Dann habt weiterhin viel Spaß. Gott sei Dank, ey. Ach, nicht dafür, wir haben ja nichts machen können, aber... Der auch Flieger. Ach, Stefan. Dankeschön für die Vergiftung an Pfleger. Sehr lieb. Scharf. Scharf. Ha, ha, ha. So. Alter, hier unten sind ja noch mehr eins. Ne, das hier nicht. Hier. Und da oben ist auch nochmal alles voll mit diesen ganzen Herzen. Sehr widerlich. Heilige Scheiße. Scharf. 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 Scharf.